Hallo und willkommen zu einem neuen S&P 500 Update. Ich wollte mal wieder ein Update machen, heute mal nur die kurzfristige Perspektive, denn wir haben relativ deutliche Bewegungen im Gesamtmarkt eigentlich. Das hat auch ein bisschen jetzt damit zu tun, dass die Volatilitätszahlen aus den USA kamen. Die haben jetzt so einige Märkte etwas nach unten gedrückt, zum Beispiel auch die Edelmetalle kurzfristig, das sollte so passieren. Auch hier der S&P, der sollte kurzfristig auch abverkaufen. Zumindest haben wir die letzten Stunden, naja, sagen wir mal, die letzten 24 Stunden Anzeichen gesehen, dass hier ein Top drinnen war da oben und dass wir jetzt die größere Welle 4 erwarten müssen. Mindestens mal, vielleicht auch was bärischeres, aber ich möchte mich erstmal nur auf meine primäre Zählung hier konzentrieren. Wie gesagt, heute mal nur kurzfristig die Perspektive, da hier sehr viele Dinge jetzt gerade passieren. Ich möchte einfach darauf hinweisen, auf was man jetzt achten muss, denn wenn jetzt die nächste Unterstützungszone bricht, dann könnte es einen viel größeren Pullback bzw. der erste Schritt zu einem größeren Crash sein. Ich gehe noch nicht davon aus, ich gehe davon aus, dass es hier noch weiter nach oben geht, dass wir noch eine weitere Bewegung nach oben bekommen in dieser größeren Rallye Richtung 5100, vielleicht 5200 Punkte. Wir analysieren ja den S&P 500 bei uns im Aktienpaket, das ist nur in englischer Sprache verfügbar, aktuell, das wird auch noch auf Deutsch kommen, aber das ist alles ein bisschen mehr Arbeit als anfänglich gedacht, hat ja auch ein bisschen mit Kapazitäten zu tun. Wer da Interesse hat zu folgen, schaut gerne mal den Link an in der Videobeschreibung. Der S&P war gestern, ich habe das nach Mitternacht noch aktualisiert, war gestern an einem Top angekommen und die Zählung war voll. Ja, die Zählung war voll und wir haben, ich habe schon unsere Abonnenten die letzten Tage immer wieder darauf hingewiesen, dass wir wirklich jetzt an einem Scheidepunkt stehen. Habe immer wieder darauf hingewiesen, ja, wir orientieren uns noch weiter nach oben, solange die relevanten Mikrounterstützungen halten, also einfach quasi den Stop nachziehen, also quasi einfach auf das nächste Fibonacci-Niveau nach oben konzentrieren, das nächste Niveau nach oben konzentrieren. Das ist ein sinnvoller Weg, wenn man schon Mindestziele erreicht hat, aber noch keine Bestätigung für einen Top hat. Man muss dann auf der Hut sein und wirklich, wirklich, wirklich die Mikrostrukturen beobachten, um auch relativ früh warnen zu können. Ich habe mich dann gestern Abend noch hingesetzt, nochmal hier gelabelt und also quasi wirklich die Nanostruktur noch, alles andere stand ja schon. Es ging nur darum, okay, wie weit kommen wir hier noch hoch in dieser fünften Welle, der fünften, der fünften, der dritten, also wir waren wirklich am Ende und habe dann noch diese kleinste Microstructure, diese kleinste Mikrostruktur hier reingebracht und die war einfach nur voll. Die war voll und die Bewegung nach unten war nach Schluss der US-Börse dreiteilig. Wenn wir einen dreiteiligen Rücksetzer haben, heißt es immer, es kann schon noch weiter nach oben gehen, aber er hat ja das schon das Tief rausgenommen gehabt, dieser vorherigen Nano-Welle 3 und was ich immer parallel mit analysiere, weil der S&P 500 alleine reicht nicht, das sind die ES-Futures. Die ES-Futures, das sind quasi die S&P 500 Mini-Futures, man kann da auch andere Futures nutzen, aber die laufen ja quasi 24 Stunden und dort hatten wir schon fünf Wellen gesehen und deswegen habe ich die Warnung ausgegeben gestern, dass es sein könnte, dass wir hier weiter nach unten laufen in der größeren vierten Welle. Wie genau dann die Struktur dieser Bewegung nach unten aussieht, das ist immer etwas unklar und es hatte auch erstmal den Bruch der Mikrounterstützung gebraucht, um das wirklich zu bestätigen, aber man kann ja nur darauf hinweisen, dass hier oben das Risiko sehr hoch ist, weil einfach die Zählung voll ist. Wenn die Zählung voll ist, dann heißt es nicht automatisch, er muss umkehren, aber das heißt, wir müssen genau auf fünfteilige Gegenbewegungen nach unten achten. Es macht keinen Sinn, einen Top auszurufen, wenn wir noch innerhalb einer Rallye sind, aber wir waren ja schon extrem überextendiert und wir haben, ja, wie gesagt, der Micro-Count war voll. Wenn der voll ist, dann heißt es in der Regel, ja, wir sind irgendwo in einer Region, wo wir einen Top bilden können. Also das heißt nicht mehr, zumindest nicht mehr aggressiv jetzt einsteigen irgendwo, sondern eher vielleicht Positionen reduzieren. Und dann muss man aber natürlich trotzdem auf eine Bestätigung warten, damit der Markt uns sagt, okay, wir haben jetzt einen Top drin. Das kam natürlich relativ deutlich, relativ volatil aufgrund der Inflationsdaten auch jetzt. Das ist dann nochmal so ein Katalysator, der wahrscheinlich diese Bewegung, ich meine, das fing ja schon an, der Abverkauf, wir haben den ja schon kommen sehen vor den Inflationsdaten, ja. Und deswegen, es beschleunigt in der Regel einfach nur, was sowieso schon angefangen hat. Vielleicht, wenn die Inflationsdaten anders gewesen wären, dann hätte er vielleicht eher sowas gemacht. Damit hatte ich auch gerechnet, dass er so eine kleine Gegenbewegung macht und dann vielleicht auch unter dem Hoch bleibt und dann damit bestätigt, dass es noch weiter nach unten geht, dass wir so eine humane, ja, Bewegung nach unten bekommen. Es ging jetzt relativ deutlich natürlich bergab. Ich sehe das jetzt aktuell als A-Welle einer größeren Welle 4, würde dann eben die Welle B noch sehen, dass die kommt. Wenn die klar ist, die sind nicht immer klar, wenn die klar ist, kann das ein Short-Trade-Setup werden für eine C-Welle nach unten. Da muss man aber auf der Hut sein, weil dieser Widerstand jetzt, beziehungsweise das ist ja jetzt erstmal nur ein Standardwiderstand, der kann sich noch verändern, einfach aus dem Grund, dass eine B-Welle im Endeffekt ziemlich unvorhersehbar ist. Ja, die können kurz sein, die können lang sein und dieser Standardwiderstandsbereich, der wird berechnet anhand der Länge der Welle A und die ist ja noch nicht fertig. Idealziel für die Welle A liegt bei 4.925. Das ist nicht super zuverlässig, aber ist ein Idealziel. Also wenn der in der Region einen lokalen Boden ausbaut, würde ich auf eine korrektive Rallye schauen in der B-Welle und dann eben eine C-Welle nach unten wäre noch ideal, um die Welle 4 abzuschließen. Idealziel für die Welle 4 an sich, das können wir dann auch noch mal genauer bestimmen, wenn wir die B-Welle drin haben, wenn die B-Welle ein Top gebildet hat, denn die C-Welle wird oftmals berechnet anhand der Länge der Welle A und vergleiche das einfach mit der C. Aber generell mal so ein Idealziel für eine Welle 4 liegt beim 38.2 Retracement, liegt bei 4850 Punkten und wir haben ja hier jetzt auch noch mal die vorherige Welle 4 eines niedrigeren Wellengrades und oftmals ist es halt so, dass so eine Welle 4 dann Unterstützung findet im Bereich oder sogar endet, wo eine vorherige Welle 4 des vorherigen Wellengrades, des niedrigeren Wellengrades eben auch den Boden ausgebildet hat. Also ich würde schauen demnächst, dass jetzt hier ein Boden, demnächst noch nicht, jetzt vielleicht, aber demnächst ganz in Kürze ausgebildet wird. Dann schaue ich auf die B-Welle Rallye, aktualisiere die Parameter, die werden sich nicht mehr groß verändern und im Idealfall reagiert er auf diese Fibonacci-Niveaus. Und dann schauen wir eben nach dem Ziel für die C-Welle. Natürlich, wenn er jetzt aus irgendeinem Grund über das Hoch von gestern ausbricht, dann sind wir vielleicht sogar schon in der Welle 5. Es sollte ja noch eine weitere Bewegung nach oben geben. Damit rechne ich aktuell nicht, dass ich bevorzuge eine klarere ABC-Struktur. So oder so werde ich noch kein übergeordnetes Top ausrufen, aber für mich ist das wenigstens schon mal die Welle 3. Dann sollte noch die 4 kommen und dann eine 5, die dann eben quasi die Chance hat, das letzte Hoch hier zu sein von dieser größeren Aufwärtsbewegung, die im Oktober 23, aber da übergeordnet noch Oktober 22 begonnen hat. Jo, das wollte ich euch nur mitteilen. Also ich sehe aktuell noch keinen Grund zur Panik. Würde allerdings die Chancen für einen größeren Bärenmarkt, der meiner Ansicht nach vor der Tür steht, die gehen hoch mit einem Bruch unter die 4.790. Ich denke noch nicht, dass er dann auch bestätigt ist, weil da muss einfach noch mehr kommen, aber die Chancen gehen dann einfach hoch. Um jetzt erstmal diese Bewegung sauber abzuschließen, hätte ich gerne noch eine weitere Bewegung nach oben in der Welle 5. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr dem so ist, bitte ein Like da lassen, ein Abo und einen Kommentar. Schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. Vielen Dank.